Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Hour, danke dafür, Jonas hat seine Tage Let's Play. Das klingt cool. Mann, kannst du jetzt mal aufhören? Ich rede hier schon lange kein Leben mehr. Das ist doch lustig. Nein. Oh mein Gott, ich habe 2 Euro für Nachrichten. Ich bin gut, ja. Am nächsten Mal bin ich da, aber ich bin auf dem Server. Ja, ändert auch nicht viel, du machst eh irgendwie irgendwas. Weißt du, die Folge geht noch 15 Minuten lang ungefähr, ich glaube. Jonas, bist du am Leben regenerieren? Was, ja? What the fuck? Was denn? Gut, ich habe kaum noch Steine. Aber ich habe noch einen Ofen gebaut. Yeah. Für was auch immer. Hatten wir nicht Kohle in der Kiste? Nee, sei. Wenn du holen geh. Ja. Ich gehe auch irgendwas machen. Einfach damit... Boah, ne ich kann gar nichts machen, ich habe nur noch drei Herzen wegen Jonas. Und ich regeneriere nicht. Und ich sterbe gleich. Aber guck mal, der nette Zombie hat Fleisch gedroppt. Gumbelfleisch. So. Jetzt kann ich warten. Die Zuschauer sehen nichts Spannendes. Weil ich mich nicht in Action-hafte Gefilde begeben kann. Boah, Alter. Boah, Alter. Was rückenschmerzt? Nein, Mann. Aber ich bin voll vorwiert, Alter. Warum denn? Weil Storbringet ist. Nichts. Storbringet, die kann er nichts für, ja? Gar nichts. Oh, ein Zombie. Oh, oh, oh. Ja, die blickste Fahrt ausgutzt, ganz nett. Und noch mal hauen. Und trotz. Gut, wieder nur drei Herzen. Dabei will ich jedoch nur den Weg bauen, was schnell verreckt, aber auch noch. Oh, spinne. Oh, spinne. Oh, nein. Oh, doch. Scheiße, ich sterbe gleich. Jemand, das kannst du mir vielleicht mal helfen. Obst, jetzt habe ich dich gehauen. Ich komme gerade nicht. Ich komme und rette dich. Na, zu spät. Ich habe nur noch dreieinhalb Herzen, aber ich lebe. Wie dir Fleischgeber. Oh, hier ist irgendwo ein Skelett. Ich baue mich. Oh, da hinten ist ein Skelett. Hey, Brot gespendet. Ja, spend mir noch mal Brot. Auf jeden Fall, wir können noch. sagen, dass das Haus noch viel, viel schöner wird. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Weil wir uns erstmal noch auf die Funktionalität dieses Hauses. Guck mal, ich habe ein bisschen Licht. Guck mal. Ja, das geht. Marc Leck bei mir voll. Der steht einfach in der Luft. Jetzt. Vor. So, ich habe wieder vier Steine. Ganz schön viel. Aber nicht auf die Druckplatte drehen. Sonst ist hier. Aber. Pass auf. Also Jonas, das hast du getan. Na, das war ich, weil da ein Skelett war. Und mich sonst totgeschossen hätte. Soll ich hier schon mal Fenster reinpacken? Fenster, Fenster, angenehm Fenster. Dann mach aber auch die Glasscheiben. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil ich, sonst hätte ich nämlich, glaube ich, nicht genug. Davon habe ich sogar bestimmt noch was. Ja, ich auch. Ja, was soll ich Sand holen? Nein, wir haben genug. Glaube ich. Aber bei den Ecken hier sieht das komisch aus, ne? Obwohl so, naja, so geht das. Es ist voll Gangster, Mangster, Schengster. Ich finde, das ist von innen. Guck mal, der hier. Der macht mich ein bisschen aggressiv. Ja, Jonas, du musst nicht vor mir laufen. Ich kann die Fenster nicht platzieren. Ja, der Typ macht mich aggressiv. Ich will gehen jetzt boxen. Gut, mach das. Das ist Family. Bohoho. Ey, dann kriegst du viel Level, Jonas. Ich will die Level. Ah, dann gehst du, verschwinde. Du haust mich einfach. Du rennst vor mich, damit du Level kriegst. Ja. Wollen wir hier einen Keller hinbauen? Oder wohin? Hier hin? Können wir später machen. Ja, gut. Ich will das erst. Dann lass uns den Zaubertschisch. Ja, eben. Das hat mir nicht mal ein Level gebracht. Wie wär's denn hier hin? Du hast noch mehr Steine. Du hast neun Steine noch bekommen. Nein, hab ich nicht. Da sind aber keine drin. So, hier. Dann haben wir auch angefangen mit der Aufnahme. Ja, toll. Weiß ich nicht. Wie... Ja. Ja. Ich versteck mich an der Seite und platz hier mal ein paar Steinchen. So. Ähm. Wir sagen... Wollen wir einfach sagen, um irgendwie 20 oder um... 18 oder 19 oder um 20 oder um 20 oder um 18 oder um 19. Wir sagen einfach um 20, komm. Also haben wir jetzt schon 3-4 Minuten aufgenommen. Also wenn wir um 20 angefangen haben. Ja, dann haben wir halt um, äh... Was weiß ich, 15 angefangen. Ich muss gleich aufzuhören. Ich hau mich an. Wollen wir den Zaubertisch hier hinbauen? Das muss ich ehrlich gleich aufzuhören. Ja, wollen wir den Zaubertisch durch... Obwohl halb spätestens... Also hier drauf jetzt. Was, Marc? Hab dich nicht verstanden wegen Sky. Ich weiß nicht. Ich verstehe einfach kein Wort. Gibt's Arz. Eigentlich Wollts. Ja. Eigentlich sieht das so voll cool aus. Warum machen wir das nicht so, dass wir es, äh, irgendwie bauen oder so? Ja gut, aber dann müssen wir jetzt einen Keller bauen, ne? Müssen wir so ein bisschen epischer machen, ne? Zum Beispiel so. Wollen wir hier den Keller hinmachen? Also für episch. Weil dann könnten wir hier drin irgendwie zum Gemeinschaftshaus machen, wo vielleicht noch aus der Couch oder so rein haben wir nun. Keine Ahnung. Ich weiß, du brauchst du was zu essen? Äh, geht gerade. Aber ich hab nichts mehr, aber... Ich würd mich nicht beklagen. Oh, Steaks. 58, deswegen... Ich hab gerade ein paar umgebracht, damit ich genug, äh, Dinge hab. Wie heißt das, genug Bäder für die Sachen. Ne, Markus, ist das so. Ja. Also... So, jetzt können wir uns nicht mehr aufregen. Monster, hat mir Diamanten dabei? Nur, warum soll ich mir Diamanten mitnehmen? Ich kann den Zobotisch mal. Dein Haus ist näher dran. Ja. Aber man muss ja noch schon da. Ich will ne Mopster draußen rumschwuchteln. Ja. Oh, Markus rauskommt. Oh, nein. Ich helf ihm. Mark, ich rette dich. Wischbatter. Ich auch für die... Warum wollt ihr jetzt beide rauskommen? XP. Äh, Dinge ins Wohl. Oh, wer ist denn verschwindet, du... Boah, du rennst... Mein Gott, ey. Du regst einen auf. Du regst einen auf. Ich will Mord-Zombies töten, du rennst mir die ganze Zeit vor... Du rennst die ganze Zeit vor mich, Alter. Ich will, du kriegst jetzt zwei Schläge dafür ab, dass du einfach vor mich kannst, die du verdient hast. Diese Kuh hat auch Schläge verdient, wenn ich es nicht mag. Einen Diamanten? Okay. Nein, man braucht zwei dafür. Zwei? Ja. Oder? Ja, ich glaub schon. Und ein Buch. Jonas? Ich bin mir nicht sicher, ich hab keinen Plan, wie man das baut. Boah, Jonas, hilf mir mal, den Keller auszuheben. Ich hab nix, um mich die helfen, sind dabei. Ja, warte, hier. So. Jetzt haben wir Cobblestone, und jetzt mach ich dir eine Schaufel, und mir eine Schaufel. Und jetzt können wir ganz viel tolles Zeugs machen. Krass. Ich hab mich ja schon so ein bisschen, ne? Hilf mir jetzt mal, den Keller zu machen. Okay, wo ist denn die Scheiße? Da, okay. Nice, nice. Nice, 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 alter. Können wir uns wirklich auch sagen. Mach ich nicht. Komm schon zusammen, Alter. Ich weiß noch. Das würde ich persönlich bevorzugen. Was ist so bevorzugen? Bezorzugen, vor allem. Hm, haben wir hier, ja, sieben. Ich hoffe, sieben Treppen reichen. Oh, guck mal, ne, ne, eine fehlt. Mist. Die Treppen hab ich geholt, aber. Ja, komm, dann Marc, hier. Ich hab noch bisschen Spruce, ich hab noch 19 Spruce, bau da mal. Ja, gut. Ey, Marc. Kommst du am Samstag auch zur Schule? Da ist ja dieses komische... Was weiß ich, Samstagsschule-Dingsbums. Hä? Tag der auf ne Tür war's, ja, genau. Warum? Weil wir dahin? Wir kriegen... Bei uns fällt vielleicht ne Latein-Doppelstunde aus, wenn wir dahin gehen. Ja, und wir gehen nach Köln. Ja, und wir gehen nach Köln. Ja, und wir gehen nach Köln. Und backen einmal Pizza, wenn wir dahin gehen. Ja. Super, wir machen in Spanisch gar nichts. Äh, ich habe zwei Diamanten, ich habe einen Quuch und... Soll ich das craften, oder willst du? Ihr müsst das... Ich glaub, ich muss das machen. Ich, der Mann mit dem Obsidian. Wird doch noch mal ne Diamanten haben. Wieso braucht man denn der jetzt dafür? Weiß ich nicht, ich gebe mir das einfach, ich mach das. Wenn da eigentlich ein Diamant... Ja, weißt du? Ja, ich hab mein Achievement bekommt, Diamants. Ey, komm, gib mir einfach das Obsidian-Ding, oder was? Nein, ich möchte auch gar nicht, ob sie die anderen Leute wie dich abgeben. Das heißt, Creeper. Es gibt den Diamanten. Sonst muss ich hier... Hier. Hier. Okay. So, muss ich das unterreichen, jetzt kann ich... Die Ultima-Theme-Maschine bauen! Wir bauen... ... mit dem Keller und bauen dann einfach darum, irgendwie was schön ist, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich brauch doch noch mal noch für mehr Bücher. Ich glaub, ein paar mehr. So, man braucht doch für drei, ne? Warum? Nein, eigentlich... Man braucht ein Buch, zwei Diamanten, vier Obsidian. Das war's. Der hat nicht mal in Ahnung, wer das craftet. Also, ich hab jetzt, ich hab jetzt unten drei, 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 drei Obsidianen. Ja. Mittelerreihe mittel im Buch, obere Reihe mittel in Diamanten und mittlere Reihe am Seiten jeweils noch ein Obsidian. Ach komm, gib mir das einfach, ich craftet das. Okay. Ja, da fehlt noch ein Diamant. Ja. Drei, wir, in drei Diamanten? Zwei. Direkt hat der Helm auf einen Diamanten, obwohl das Gold ist. Ja, dann komm doch mal hin. Okay. So. So. Gut, also, das, das. Dann, guck mal, Jonas, kriegst du einen Obsidian zurück. Oh, Enchantment Table. Warte kurz. Ja, egal. So. Wo wollen wir den hinpacken, in den Keller? Und, ne, in den Keller. In das Keller. In das Keller, einfach hier so mittig. Hier hin, please. Hier hin, wo ich... Ja. Weil, sieht geil aus mit dem Tech-Chapick. Der sieht richtig geil aus, Alter. Ich hol die Bücherregale, ne? Ich fange ja den nicht. Mann, so ich mag es, was auch so aufhören. So, wollen wir hier die... Machen wir hier, das so, die Ecke hinmachen? Oder wie? Ja, würde ich sagen. Okay. Weiß nicht, ob wir das auch... Mach erstmal so, weil ich glaub, das hier... Hier noch einen, und auf der Seite noch, oder was? So. Guck mal, eben kurz, ich kann bis... Ich weiß eh noch gar nicht, ich kann bis 24. 24, da müssen wir noch dahinten in den Ecken, glaub ich. Weil die Ecken hab ich ausgelassen, weil ich nicht wusste, ob man das auch braucht. Ich kann bis, ähm... 24. Ich kann gar nichts, auch groß kann man eh nicht verzaubern. Ich kann, ja, 24, jo. Kann ich ne Schere verzaubern? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann auch bis 24. So. Gut, hab ich jetzt auch eben schon gemacht. Hast du einfach verzaubert? Ja, mein Schwert. Das hat jetzt Schaden, das ist 1, aber noch weg. Was? Ja, eben kurz ein Diamantschwert und schon zaubert das. Mit 24 nur? Ich hab auch noch... Ich hab auch noch meinen Bogen verzaubert. Einfach mal so. Komm mal jetzt auch noch... Ja, und bringen's mal ein Portal unten in den Keller. Ja. Würde ich sagen. Was dann irgendwie hier so reingeht. Wo? Aber dann machen wir so, dass dieses Portal-Ding genau, äh, genau überm Boden ist, weil es so viel Gude aussieht. Aber ich würd' sagen, in der Folge hier gehen wir nicht mal in das Portal, ne? Nee. Komm, da. Soll ich das bauen? Ich hab sogar selber noch einen Obsidian von dir. Was? Was? So. Und die Scheiße jetzt hin, ach ja. Dahin, dann drüber. Und dann noch dahin. Nicht in die... Noch einen in die Decke, oder? Nee. Aber dann ist das nur zwei hoch, oder? Das hab ich doch... Du musst nicht die... Ja doch, guck, und dann... Nein, du musst hier noch die beiden hin. Hier. Nur zwei? Du musst dann nicht drei hoch. Doch, oder? Das geht schief, Alter. Hier ein Feuerzeug. Ich hab keine Feuerzeug. Ja gut, versuch mal. Ich mach eben eins. Na, ich hab keinen Flint dabei, ups. Ja gut, dann warte kurz. Das reicht doch, das geht nie im Leben, Alter. Ja, das ist nicht hoch genug, ne? Glaube ich auch. Komm, Flint. Flint? Oh. Ja, hier ist ein Flint rausgekommen. Warte kurz. So, ich hab eins. Das geht nicht. Nee. Soll ich doch das auch zu niedrig? Hm. Gut, ähm... Ich hab keine, die aus Spitz hat. Ich schon. Sieht das Funke? Wow. Wow. So, wow. Dann müssen wir doch noch eins in die Decke machen. Ich hab die Decke gerade schon an dem Punkt aus. Und ich weiß nicht, ob es genau der Punkt ist. Ich glaube, ich hab genau eins. Ja doch, das ist es, glaube ich. Oder hier ist ja Obsidian drunter. Ja, ist genau das. Wir können ja hier einen Teppich drüber machen, oder so, mit Walle. Hm. Aber das ist ja eh ein bisschen, ähm... So, hier kommen jetzt noch zwei Straf ran, oder was? Hm? Hier oben. Ja, und dann... Ja. Jetzt komm runter. Ah, na, mach mal hier. Mal rein. Ein bisschen Feuer. Ah, nein, warte noch nicht. Ja, das kann man auch dann nachmachen. Da hinten. Wir können ja hinten noch so einen zweiten Raum bauen. Das ist einfach cool. Na komm, wir gehen noch nicht in die Hölle. Ja, wir hören jetzt die Folge auf. Krasser Cliffhanger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zaubertisch und alles. Alles krass, maß. Tschau, ne? Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Tschüss.